Willkommen zu QSO4U Tech. Heute zeige ich euch, wie ihr in einem Wireless LAN, also in einem Hotspot Netzwerk, das zum Beispiel unverschlüsselt ist oder in einem ziemlich großen Netzwerk, also das halt öffentlich zugänglich ist, nicht gerade sicher ist, trotzdem sichere Verbindungen ins Internet aufbauen könnt. Ja, es kann ja nicht jede Website so fortschrittlich sein wie QSO4U. Wir haben jetzt schon seit, ich glaube mittlerweile sind es drei Jahre, SSL-Verschlüsselung am Start auf unserer Website. Das heißt, die Daten werden dort verschlüsselt übertragen. Das ist natürlich bei Weitem nicht der Standard, aber gut, wir sagen uns halt, wir wollen so ein bisschen Zeichen setzen und wollen da halt auch die Ersten mit sein, die sowas anbieten. Deswegen haben wir das jetzt schon seit längerer Zeit im Einsatz, was natürlich die Sicherheit unserer User zum Beispiel im Forum, da werden ja Passwörter eingegeben etc. dann doch erhöht. Ja, wir zeigen euch heute mal eine Lösung, die ist von einem finnischen Security-Hersteller. Mir wird ja immer so vorgeworfen, ich bin da sehr, ja wie soll ich sagen, ich gucke da nur auf G-Data oder wie viele sagen G-Data. Nein, das ist nicht der Fall. Also ich bin da sehr offen. Es müssen nur immer bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden. Und das ist zum einen natürlich, ein Scanner muss halt eine gewisse Usability mitbringen, wenig Performance brauchen, muss auch so einen gewissen Hang zum Datenschutz haben. Und es sollte natürlich auch einigermaßen gut sein von der Erkennung her. Und all das liefert F-Secure. Deswegen mache ich da auch nochmal ein Video drüber. Allerdings geht es diesmal nicht um die Virenschutzlösung von F-Secure, sondern um die VPN, um das VPN-Produkt. Kurz nochmal ein paar Daten zu F-Secure. Also die bieten alles Mögliche an. Die sind Pionier in dem Bereich, sind seit 1988 am Markt und kommen aus Finnland. Und wie gesagt, der Headquarter ist in Helsinki und haben derzeit rund 1000 Mitarbeiter und sind natürlich auch im Business-Bereich ein Big Player, was Security angeht. So, soviel dazu. Ein bisschen Werbung muss sein. Ich kriege dafür übrigens kein Geld. Ach ja, ich habe übrigens einen Kommentar gelesen. Das muss ich schnell noch anmerken, weil mir gesagt wurde, ja, wie sieht es aus, wenn ihr Product Placement machen würdet, würdet ihr es einblenden? Ja, dafür haben wir extra ein P. Das kommt dann oben rein und das seht ihr dann. Also wie gesagt, dieses Video ist Product Placement frei. Ich habe F-Secure mal angeschrieben, aber ich habe bis jetzt noch keine Antwort bekommen. Mal gucken, vielleicht antworte die Pressestelle in den nächsten Tagen noch. Gut, ist aber egal, wollte ich nur mal kurz anmerken und es geht um das Produkt Freedom. Freedom ist eine Software, die man sich auf dem PC installieren kann und mit der wird die Verbindung verschlüsselt. Weil das Problem ist einfach, wenn ihr irgendwo in einem Café seid und geht in ein WLAN-Netz und da ist es egal, ob ihr einen Key eingebt, also einen WPA2-Key zum Beispiel, oder ob ihr keinen eingebt, die Daten, die zwischen Access Point und eurem Notebook oder Smartphone übertragen werden oder Tablet, die sind in der Regel unverschlüsselt. Es sei denn, ihr kümmert euch selber drum. Das kann natürlich zum einen der Webseitenbetreiber sein, wie QSO4U oder halt eben hier auch F-Secure. Die haben auch ihre Website natürlich verschlüsselt. Aber das ist natürlich leider im Web noch nicht die Regel. Wenn ihr zum Beispiel jetzt hier auf Wikipedia guckt, also da ist nichts verschlüsselt. Wikipedia ist jetzt nicht so wichtig, weil da gebe ich keine Kennwörter ein, aber es gibt sehr viele Foren und ich meine, ich weiß ja, wie bequem viele sind und ich bin auch ein sehr bequemer Internet-User. Das heißt, viele verwenden Kennwörter mehrfach. Das heißt, der PayPal-Account ist mit dem gleichen Kennwort geschützt, wie zum Beispiel das Konto im Hunde-Forum, weil man Hundehalter ist und sich da austauschen möchte. Dass dieses Forum natürlich, gerade weil es ja meistens von Leuten betrieben wird, jetzt möchte ich keinen so nahe treten, aber es ist halt nur mal Fakt, die sich mit Technik nicht so auskennen und die sind froh, wenn die Seite läuft und es wird einmal installiert und Sicherheit hat da keinen so hohen Stellenwert. Irgendwo auch verständlich. Und es kostet ja auch Geld, muss man auch dazu sagen. Und dann ist sowas, wird natürlich gerne schnell mal gehackt. Also vorn, das ist so die Nummer 1 für Hacker, wo sie eben Daten rausziehen können. Und dann hat der ja das Kennwort und dann kann er da überall rein, weil er eben weiß, okay, wenn ich das jetzt mal, da gibt es auch automatisierte Skripte. Natürlich macht das der Hacker nicht manuell via Copy and Paste, sondern da gibt es Skripte, die probieren dann mal auf PayPal sich einzuloggen auf Ebay. Und dann, wenn irgendwo ein Treffer dabei ist, dann kann man ja schön shoppen gehen, Amazon, so die üblichen Verdächtigen. Und deswegen sollte man da so ein bisschen drauf achten. Aber das ist heute nur so zum Teil Gegenstand des Videos. Wie gesagt, mit dem Freedom wird halt diese Verbindung dann verschlüsselt. Das baut auf auf ein VPN, VPN, also Virtual Private Network. Das kann man sich so vorstellen, das ist wie ein verschlüsselter Tunnel durch das Netz auf einen Server von F-Secure. Und da hat F-Secure natürlich mehrere Server. Das heißt, ihr habt da auch die Möglichkeit, zum Beispiel Geosperren zu umgehen. Ich denke nur mal an die Problematik mit Netflix zum Beispiel damals oder eben auch die übliche GEMA-Problematik auf YouTube. Das könnt ihr alles umgehen. Das zeige ich euch gleich. Das geht alles mit diesem Teil. Das Teil kostet natürlich Geld, ist klar. Die haben Traffic-Kosten dadurch, dass die sich Server anmieten und auch nicht gerade wenig. Weil die müssen natürlich auch eine Performance bereitstellen. Und Performance ist da. Da habe ich mich gerade von überzeugt. Und natürlich muss man auch dazu sagen, die stellen das natürlich nicht nur in einem Land bereit. Das heißt, es wird jetzt gleich, wir werden gleich sehen, zig Länder geben, wo die das bereitstellen. Ja, die Kosten, die sind doch recht übersichtlich. Ich habe auch noch ein Konkurrenzprodukt mir angeguckt von einem anderen Security-Hersteller. Das werde ich auch noch vorstellen. Das kostet im Jahr allerdings rund 60 Euro und das kostet 30 Euro. Ich glaube aber, der Unterschied, das muss ich auch noch, muss ich mich noch schlau machen, zwischen dem Ganzen ist, dass der andere Hersteller so viele Geräte zulässt, wie man möchte oder hat. Und da ist es halt so, da müsste ich jetzt jedes Gerät einzeln lizenzieren. Das heißt, wenn ich ein Notebook habe oder ein Tablet habe, dann muss ich natürlich zwei Lizenzen kaufen für Notebook und Tablet. Aber am heimischen Rechner macht dieses Freedom keinen Sinn. Also von daher, die meisten Leute lizenzieren da nur ihr Mobilgerät oder ihre mobilen Geräte. Ihr seht auch hier schön, es ist egal, ob ich ein Tablet habe, ein Smartphone oder ein Notebook. Es gibt für alles Client-Versionen. Wie gesagt, das muss da lizenziert werden. Ich zeige das heute hier unter einem Windows 8.1. Das könnte natürlich auch ein Windows-Tablet sein. So, das Ganze ist installiert. Die Installationsroutine, die ist so selbsterklärend, dass ich auch diesmal darauf verzichte, da überhaupt was drüber zu zeigen. Kurz gesagt, ich mache das jetzt hier mal aus. Ich zeige auch mal kurz, wie das funktioniert in der Windows-Welt. Es wird nämlich unter Systemsteuerung, müssen wir mal rein, Netzwerk, Netzwerkfreigabe, Center, Adapter-Einstellung. Und hier sieht man den Freedom VPN Connector oder Connection Adapter. Und das ist eben dieser Adapter, der da installiert wird. Und über diesen Adapter wird dann auch eine Internetverbindung aufgebaut. Und egal, was er auf dem Rechner macht, es geht dann alles über diese Internetverbindung. Das muss man vielleicht noch dazu sagen. Also es geht nicht, dass er sagt, ja mit Firefox möchte ich jetzt aber über VPN gehen. Und mit Teamspeak zum Beispiel möchte ich dann nicht über VPN. Das geht wiederum nicht. Also wenn, dann ist alles über VPN. So, soviel zu den technischen Sachen. Das Ding installiert sich automatisch hier rein. Also da braucht man sich keine Gedanken zu machen, dass man sich da irgendwie auskennen muss. Und jetzt suchen wir einfach mal nach Freedom. Und Freedom können wir jetzt hier öffnen. Und so sieht es aus. Also so kommt man schon mal rein in dieses Programm. Und Freedom hat natürlich den Vorteil, dadurch, dass ihr das Ganze bei einem Security-Hersteller bezieht, dass da natürlich auch gleich irgendwelche Sicherheitsmechanismen mit eingebaut sind. Das heißt, da wird natürlich Tracking, hier sieht man das Tracking, blockt. Dann Viren verseuchte Seiten werden zum Beispiel gleich geblockt und so weiter. Das hat natürlich so seine Vorteile. Man kann natürlich da auch wieder kritisch hinterfragen, was weiß da F-Secure und wie wird das gespeichert. Aber man muss sagen, dadurch, dass die in Finnland sitzen, ist es jetzt nicht so schlimm, wie wenn das Tool von McAfee käme. Also praktisch Embedded NSA hätte, sag ich mal jetzt mal. Deswegen finde ich das dann noch okay oder legitim, dass das F-Secure so macht. Ich finde es auch, sagen wir mal so, rein der Sicherheitsaspekt ist natürlich durchaus wohlwollend. Und ich finde es natürlich nicht schlecht. Und jetzt würde ich sagen, zeige ich euch mal, aus welchen Locations oder von welchen Locations ihr aus auch auf den Service zugreifen könnt. Übrigens, der Client ist im Moment leider Gottes erstmal nur in Englisch verfügbar. Aber das Produkt ist relativ neu. Deswegen, ich gehe mal davon aus, dass das demnächst bald auch auf Deutsch verfügbar sein wird. Ja, ich habe jetzt hier mal Finnland ausgewählt, weil ich gedacht habe, Mensch, das ist ja, da kommen die ja her. Aber ihr seht, wir haben hier die Auswahl. Wir könnten nach Amsterdam gehen. Wir könnten sogar in die USA gehen, wenn es uns Spaß macht. Sogar nach Hongkong oder London. Und wir könnten aber auch nach Deutschland gehen. Aber ich zeige euch erstmal die Verbindung über Finnland. Und ich zeige euch dann mal Deutschland auch noch. Aber da zeige ich euch auch mal, was die wahrscheinlich machen. So ein bisschen Blick von einem ITler hinter die Kulissen von F-Secure, obwohl ich nie wirklich dahinter war. Aber was man halt so daraus schließen kann, sage ich mal. Die kochen ja auch nur mit Wasser. So, jetzt connecten wir uns. Jetzt wird gleich dieser Freedom Adapter, hier unten sieht man schön, wird jetzt angetriggert. Und jetzt läuft gleich der Connecting-Prozess und das Ding wählt sich ein. Übrigens, ihr könnt 14 Tage das Teil kostenlos testen, wenn ihr wollt, über die Website. Das mache ich hier ja auch für die Videos, weil da kaufe ich mir erstmal keine Lizenz. Aber ich werde mir wahrscheinlich einen kaufen. Und jetzt kann man hier zum Beispiel diese Browser-Protection, könnte ich jetzt abschießen. Aber bevor ich euch mal so ein bisschen was zeige, was hier einstellen geht, gucken wir doch erstmal, ob es überhaupt funktioniert hat. Jetzt gebe ich hier mal die Seite utrace ein. Da sieht man die IP-Adresse, die mein Router hat oder meine Internetverbindung hat. Und wir sehen, okay, wir sind jetzt hier in Finnland gelandet. Und in diesem Zug zeige ich euch auch gleich mal, wie das Ganze aussieht, wenn wir jetzt in Deutschland landen. Und wir connecten uns da jetzt mal. So, connected. Und jetzt laden wir hier die Seite mal neu. Und jetzt haben wir hier wieder eine neue IP-Adresse. Und jetzt sind wir bei Serverblock gelandet. Und Serverblock ist ein ganz normaler Hoster, ganz normales Hosting-Unternehmen. Und wie muss man sich das vorstellen? Natürlich hat F-Secure nicht auf der ganzen Welt Rechenzentren. Die mieten sich natürlich da auch ein. Und die kaufen sich halt dort Server oder Rackspace, wie auch immer. Auf jeden Fall mieten die sich da ein. Und da stehen dann die Server. Und dann verbindet sich dieser F-Secure-Client, also Freedom, verbindet sich dann an den Hauptserver. Das ist so eine Art Loadbalancer, also eine Lastenverteilung. Und der sagt, okay, wir haben in Deutschland 30 Servernummer, so eine Hausnummer. Ich weiß nicht, wie viele das sind. 30 Server. Du gehst jetzt auf den mit der Verbindung. Da gibt es natürlich auch wieder unterschiedliche Kriterien. Wie wird unterschieden? Nach Last zum Beispiel. Oder einfach, ja, sag ich mal, abwechselnd. Also Round Robin nennt sich das. Das ist natürlich unterschiedlich. Da kann ich natürlich nichts zu sagen. Das ist jetzt reine Spekulation. Aber vom Prinzip her kann ich sagen, als ITler, so muss das funktionieren. Anders geht es nicht. Und dann wird natürlich auch wieder nur mit Wasser gekocht. Da hinter dieser schönen Oberfläche, die wirklich sehr gut gelungen ist, weil die auch einem ganz normalen Anwender, sag ich mal, der will ja mit dem ganzen Technik-Kram dahinter nichts zu tun haben, ist das einfach eine schöne Sache. Und man muss sich nicht mit den VPN-Einstellungen von Windows rumärgern. Da steckt einfach ein ganz normales Layer-2-VPN dahinter. Und das wird dann einfach getunnelt zu dem Server. Der sagt, okay, ich route das. Da ist vielleicht dann nochmal, weil sie ja sagen, die tun da irgendwelche Thread-Protection mit einbauen. Da ist vielleicht den ihr, ja, Web-Filter ist da noch irgendwie davor geschalten. Und dann geht es raus ins Internet, aus diesem Rechenzentrum heraus. Deswegen kann es natürlich auch passieren, dass ihr auf manchen Seiten, früher gab es das bei YouTube, gibt es diese, oder gab es diese Capture-Abfragen, wenn du zu viele Connections über, ja, über einen Internetzugang, über eine IP-Adresse hattest. Weil da haben die gesagt, irgendwas, das hat man mal erlebt, auf Messen zum Beispiel oder bei größeren Firmen-Netzwerken. Da kam das meistens, weil Google dann gesagt hat, hä, wie kann das sein, dass da 700, 800 Rechner da auf YouTube zugreifen und da was machen, da passt doch irgendwas nicht. Und dann musst du ein Capture eingeben. Das kann dir hier auch passieren, weil du teilst dir mit anderen Leuten natürlich die Verbindung nach draußen. Das ist natürlich gekapselt und isoliert, das ist ganz klar, aber sonst wäre es ja das Gleiche wie im Hotspot. Allerdings, sag ich mal, müsst ihr euch halt die IP nach draußen teilen. Und das kann natürlich das zur Folge haben, oder wenn die IP auch geblockt ist, natürlich kümmert sich F-Secure darum, dass die IP eben nicht geblockt wird, aber falls die mal geblockt werden sollte, dann seid ihr da natürlich auch weg oder andere Leute sind dann auch weg, wenn ihr dafür gesorgt habt, dass die blockiert wird. So viel dazu. Also das kann ich so schon mal sagen, so funktioniert das Ganze. Und da haben die natürlich auf der ganzen Welt irgendwelche RZs, also könnten sogar nach Japan gehen. Das ist natürlich dann nicht mehr so performant. Aber wenn wir zum Beispiel mal hier in Deutschland bleiben oder, ja, wir bleiben mal in Deutschland kurz und dann gehen wir mal auf eine Seite, wo es was zum Downloaden gibt. Zum Beispiel gehen wir mal auf debian.org, also das Linux-Betriebssystem debian. Und gerade lädt es ziemlich langsam. Gibt es überhaupt debian.org? Muss ich mal gucken. Oh, ja. Wäre natürlich blöd, wenn jetzt genau die Seite von denen langsam ist. Und das vermute ich gerade. Okay, dann gehen wir mal drauf. Also vorhin hat es wunderbar funktioniert. Und jetzt gehen wir mal hier irgendwie auf debian besorgen. Genau. Und jetzt laden wir uns da einfach mal ein debian-Image. Natürlich nicht ganz runter, aber ich will euch einfach mal zeigen, was ich hier für Datenraten habe. Trotz VPN-Tunnel. Also ich habe hier eine 16.000er Leitung. Und ihr seht, ich bin jetzt bei 1,5 MB pro Sekunde. Gut, ich habe hier noch andere Rechner und Tablets und Smartphones im Internet. Das heißt also, das ist eine durchaus gute Datenrate. Und der, wie man so schön sagt, der Overhead von dieser VPN-Verbindung ist einfach nicht zu groß. Also es bleibt noch genügend Platz zum Surfen. Und ihr verschwendet durch dieses Verfahren einfach keine, ja, wie soll ich sagen, keine Bandbreite. Und das ist einfach die schöne Sache. Also es gibt viele VPN-Lösungen, aber es gibt eben auch viele schlechte. Und das ist wirklich eine der besseren, sag ich mal. So, jetzt gehen wir mal wieder nach Finnland, weil das hat mir dann doch gefallen, dass ich dann auf einmal in Finnland bin, IP-technisch. Hatte auch den Vorteil, dass wir da natürlich auch GEMA-pflichtige YouTube-Videos angucken können. Und wir gehen jetzt mal hier auf die ganzen Protection-Geschichten. Tracking-Protection kann man natürlich ausschalten, einschalten. Ich habe es mal eingeschaltet. Das hat den Vorteil, dass zum Beispiel irgendwelche Sachen wie Google Analytics und so, dass es relativ protected wird. Dann, äh, was ist das? Ach ja, das ist die Safe-Search-Geschichte von F-Secure. Und dann geht schon in Invite andere Leute und so weiter und so fort. Das ist natürlich schön. Da kann man natürlich auch Geld sparen. Hier sieht man das. Drei Monate F-Secure-Subscription für fünf Devices kostenlos, wenn man Leuten das empfiehlt. Das ist natürlich eine schöne Sache. Und, ähm, ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, ist das eine super, super simple Geschichte. Aber das muss es auch sein. Weil Sicherheit darf nicht kompliziert sein, sonst nutzen die Anwender das nicht. Das merke ich auch bei mir in der Firma. Wenn du irgendwas ganz kompliziert erklärst, oder, oder irgendein... Da nützt dir das tollste Tool nix, sagen wir es mal so, wenn die Anwender keinen Bock drauf haben, weil sie sagen, ah, da muss ich 30.000 mal klicken. Ja, das ist halt das Problem bei solchen Security-Geschichten. Ja, hier sieht man unten nochmal, ähm, oder bei Settings, man könnte das Ganze natürlich auch, ähm, automatisch machen lassen, wenn der PC hochfährt. Und dass es automatisch, äh, sich dann eben verbindet. Das würde ich auch empfehlen, wenn ich ein Notebook habe, dann brauche ich nicht mehr großartig nachzudenken. Wenn ich in einem Hotspot bin, dann verbindet sich das Teil einfach. Also eine rundum schicke Sache. Subscription, klar, da könnte ich den Code eingeben. Ich habe bisher, äh, ist halt relativ neu, muss man wirklich sagen, habe ich noch keinen Reseller gefunden, der das recht günstig anbietet irgendwie. Ähm, schade, aber vielleicht kommt es noch. Und ich sehe hier gerade die Clever Bridge AG ist Reseller in Germany. Äh, die kommt mir bekannt vor. Die hatten mir nämlich schon mal was verkauft. Irgendwas, ich weiß nicht mehr, was das war. Äh, war auch irgendwie so ein Security-Zeugs. Ähm, genau, also das ist jetzt diese ganze Geschichte. Es gibt auch einen Help-Bereich und, ähm, ja, es gibt das Ganze natürlich auch für Google Play, also Android-Geräte. Das Ganze gibt es auch in Amazon Store und natürlich auch für den App Store von, äh, Äh, Apple. Ja, aber es gibt noch keine Windows Phone App. Also das kommt vielleicht noch, aber mit Windows, die warten vielleicht ab, bis Windows, äh, 10 kommt, weil dann können sie wahrscheinlich mit so einer Universal App, können sie dann, äh, eine App für Windows 8.1 oder Windows 8.1 und Windows 10 und dann eben auch für, ähm, ja, für Windows Phones einsetzen. Das ist natürlich auch nicht ganz dumm. Hier sieht man noch den Traffic übrigens, ist vielleicht auch nicht schlecht. Äh, aber vom Prinzip her, sind wir ja jetzt eigentlich schon ganz durch. Ich wollte gar nicht mehr so viel dazu erzählen, aber es ist halt eben ein interessantes Thema und ich höre auch immer wieder Feedback von Zuschauern, die sagen, Mensch, diese Security-Geschichte, die interessieren mich dann doch und, äh, genau deswegen bringe ich das auch. Und ich muss auch ehrlich sagen, das ist auch so mein Leid- und Markt-Thema eigentlich immer. Ich mag das ganz gerne und, äh, deswegen mache ich das auch, äh, weil Security macht einfach, also macht auch irgendwie Spaß, muss man aber wirklich sagen. Hier wird das Ganze nochmal erklärt, natürlich alle Links, äh, wieder in unserer Video-Beschreibung, ähm, auch natürlich die Links dorthin, wo ihr es kaufen könnt. Und ich sage es gleich, ich versuche da natürlich, Affiliate-Links von Amazon reinzupacken, äh, nehmt es uns nicht krumm, aber wir müssen natürlich auch unsere ganzen Sachen irgendwie finanzieren. und, äh, äh, und deswegen spiele ich da ganz mit offenen Karten. Also wir tun da natürlich Affiliate-Links reinpacken und, äh, ich meine, wenn ihr bei Amazon sowieso immer bestellt, äh, ihr zahlt deswegen nicht mehr und es geht auch gleichzeitig so eine Art kleine Spende an unser Projekt. Deswegen, da bin ich ganz offen und das sage ich auch ganz ehrlich. Gut, ähm, wie gesagt, es gibt auch keine Bandbreitenbegrenzung, muss man noch dazu sagen. Wollte ich nur ganz kurz nochmal erwähnen. Hier steht ja keine Werbung, unbegrenzte Bandbreite, also keine Werbung bezieht sich da drauf. Es gibt ja VPN-Dienste, die blenden zusätzliche Werbung ein. Ähm, das macht das Teil nicht, aber es blockt halt eben auch keine Werbung. Das muss man dann halt trotzdem mit, äh, Browser-Erweiterungen machen. Ähm, dann klappt das auch. Gut, in diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Video von QSO4U. Bleibt uns gewogen und natürlich immer wieder gerne eure Kommentare lesen wir uns immer wieder gern durch. Also wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, irgendwas anmerken wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Wenn es irgendwas Größeres ist, dann bitte unser Forum verwenden. Das erreicht ihr unter qso4u.com slash forum. Ähm, das kriegt auch bald übrigens ein Update. Und da könnt ihr dann größere Fragen an uns stellen und wir werden da natürlich auch antworten drin. Das bietet sich immer dann an, wenn zum Beispiel Screenshots auch gebraucht werden, dann besser ins Forum, weil in den Kommentaren erstmal geht es unter und zweitens mal kann man da nicht richtig was hochladen. Das ist halt einfach die Geschichte. Gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Steffen Kolb von QSO4U Tech. Das ist halt einfach die Geschichte. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.